Wow, ich habe noch nichts Vergleichbares gesehen. Im Juli solltest du mehr als einen Blick riskieren. Einen Blick auf die Macht der Natur. Nur ein kleiner Fehler und das war's. Auf die Jäger der Nacht. Einfach unglaublich. Auf wahre Monster der Tiefen. Ich hab immer noch weiße Knie. Und einen Blick hinter die Kulissen. Hör, schneller, verrückter. Es gibt kein Limit. Bei unseren Highlights im Juli. Ja, wir sind bereit. Die Natur schafft es immer wieder, uns zu überraschen. Das ist Wahnsinn. Extreme Phänomene. Die Macht der Natur. Einfach spektakulär. Nachtaktiv. Die Naturhorror-Serie. Absolute Hochspannung. Monsterfische in den Tiefen der Ozeane. Einfach irre. Und Making of, die neue Doku-Reihe. Sie erleben Dinge, die im realen Leben nicht möglich sind. Im Juli auf N24-Doku.